Aus unserem Einsatz als Unionsfraktion gegen die linksextremistische und rechtsextremistische Gewalt haben wir nie ein Hehl gemacht. Für uns ist ganz klar, diese Gewalt bekämpfen wir ganz klar mit einer Aufdruckung der Polizei, mit maximaler Unterstützung für Ermittlungsbehörden, Einsatz von Vorratsdatenspeicherung, intelligente Videoanalyse, Funktionabfrage, das sind die effizienten Mittel, die wir für eine kompromisslose Kriminalitätsbekämpfung benötigen. Die Menschen in Deutschland haben mehr und mehr das Gefühl, dass der Staat ihre Sicherheit nicht mehr so gewährleisten kann, wie das in der Vergangenheit war. Die Union ist die Partei der inneren Sicherheit und dieses muss wieder erneuert werden.